hallo leute heute mal zu einem kurzen video und zwar habe ich herausgefunden dass man meine powerline adapter starter kit tlpa 4010 kit aufrüsten kann und zwar von 500 mbit auf 600 mbit wie das ganze funktioniert zeige ich euch heute hier in diesem kleinen kurzen video also bleibt dran was für vorteile bringt das und zwar die geschwindigkeit nicht sehr doll erhöht aber ich hatte in den letzten jahren der nutzung einige schwierigkeiten dass es abgestürzt ist beziehungsweise sich ab und zu mal aufgehangen hat oder mal minutenlang nichts übertragen hat mit den neuen firmen update von tp link erhöht sich also nicht nur die geschwindigkeit ein wenig sondern auch die stabilität ich habe das schon ein paar tage hier laufen und kann nur sagen dass ich sehr zufrieden damit bin und ich will euch zeigen wie man dieses jetzt ganz einfach und schnell installiert dazu geht bitte einfach auf die seite von tp link punkt de wie hier oben zu sehen rufen wir mal direkt auf so da finden wir eine seite mit sehr vielen testberichten wir gehen direkt auf privatanwender dann gehen wir auf den punkt erweiterung ihres netzes auf power line adapter wählen hier aus den ganzen power line adapter meinen fall auf seite 2 den tlpa 4010 kit aus klickt einmal drauf und sind jetzt auf der seite und sehen jetzt hier schon das logo was wir gerade am anfang des filmischen hatten netzwerk aufrüsten auf ganze 600 mbits um das zu machen müssen wir eine neue firmware auf diese power line adapter bringen und dazu gehen wir einfach wieder nach oben neben dem punkt übersicht spezifikationen reviews awards gehen wir auf support jetzt befinden wir uns hier im download bereich für das tlpa 4010 kit wichtig ist dass wir jetzt dafür die richtige hardware auswählen und zwar gibt es drei verschiedene versionen version 1 2 und 3 welche version ihr habt müsst ihr auf euren adapter schauen ich habe mal ein bild gemacht wenn ihr diesen adapter nehmt und auf die rückseite schaut ihr seht ihr unter den ganzen strichscode und mac adressen diesen punkt hier strich 1.2 wichtig ist vor dem punkt also die 1 das heißt version 1 ist hatte 2.x oder eine 3.x ist das version 2 beziehungsweise 3 also in meinem fall version 1 wir wählen jetzt hier version 1 aus scrollen ein wenig nach unten und sehen hier neben den häufig gestellten fragen den punkt firmware das wählen wir aus scrollen wieder nach unten und sehen hier die letzte veröffentlichte ist am neunzehnten fünften 2017 die laden wir direkt runter und wir haben jetzt hier drei dateien einmal wie man es installiert und zwei firmware dateien am besten erstellen wir einen ordner namens tp-link auf dem desktop kopieren alles da rein nachdem wir alles da rein kopiert haben ist es wichtig dass wir auch noch das sogenannte update programm installieren wenn ihr das nicht schon selbst gemacht habt und zwar findet ihr neben dem punkt firmware noch den punkt dienstprogramm das wählt ihr bitte aus und ladet dementsprechend ob ihr ein macintosh habt oder ein windows pc die aktuellste version runter und installiert diese einfach es wurde fertig installiert und kann jetzt ausgeführt werden ihr seht den punkt jetzt hier tp plc dann starten wir einfach mal das programm nachdem es gestartet ist sucht es eure powerlink adapter und ihr seht bei mir sind zwei im system und ich werde jetzt noch ein dritten anschließen so ich habe den dritten jetzt angeschlossen er wurde auch schon gefunden jetzt gehen wir einfach auf den punkt erweitert dann unter q us auf aktualisieren und hier müssen wir eine nvm datei laden gehen auf den ordner gehen auf unseren desktop den ordner tp link den wir angelegt haben und dann erscheint auch schon die nvm datei als nächstes eine pib datei der gleiche weg in dem ordner tp link auf dem desktop öffnen und dann gehen wir auf aktualisieren das dauert eine ganze weile update erfolgreich abgeschlossen und es ist aufgespielt so ihr seht dass das update geglückt ist daran dass hier jetzt plc 600 m bits die sekunde steht das heißt vorher steht das nicht da und es steht auch nur da wenn dieses neue update die neue firmware auch richtig aufgespielt wurde so damit ist das video eigentlich auch schon zu ende wichtig für euch nur ist zu wissen wenn ihr diese updates durchführen wollt damit eure powerlines hier gefunden werden im programm muss mindestens ein powerline mit strom ist an eine steckdose und per ethernet angeschlossen sein an euer netzwerk sonst wird er nicht gefunden alle weiteren adapter könnt ihr in irgendeine steckdose bei euch im stromkreislauf anschließen und diese werden hier nach ein paar sekunden eingeblendet werden so mehr gibt es dazu nicht zu sagen hier gibt es nur einige sachen zum einstellen das könnt ihr selber herausfinden und ich weiß dass es möglichkeiten gibt dass nicht nur die genannten tlpa 4010 dieses update nutzen können sondern auch noch andere aber dazu weiß ich leider nichts genaueres schreibt einfach mal in die kommentare ob ihr da noch weitere adapter gefunden habt die damit funktionieren beziehungsweise wenn euch das video gefallen hat lasst ein like da und vielleicht sogar ein abo ich bedanke mich schönen tag noch tschüss bis zum nächsten Mal